Herzlich willkommen zu dein bester Vergleich. Heute wollen wir drei verschiedene Modelle vom Bandsägen aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder eine der Sägen bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, so dass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Viel Spaß bei dem Video. Als erstes und günstigstes Modell haben wir die Schepach HBS30. Der leistungsstarke Induktionsmotor sorgt für ruhige und präzise Schnittergebnisse. Du wirst erstaunt sein, wie sauber und genau du mit dieser Bandsäge schneiden kannst. Es ist wirklich ein Unterschied, den du in der Qualität deiner Arbeit sehen wirst. Ein weiteres Highlight ist der Längsanschlag. Er ermöglicht dir gerade Schnitte mit einem Schnellverschluss für schnelle und genaue Einstellungen. Das bedeutet weniger Aufwand beim Einstellen und mehr Zeit für das, was du liebst, deine Projekte. Die Durchlasshöhe von bis zu 80 Millimeter macht diese Bandsäge äußerst vielseitig. Egal ob du dünnere oder dickere Werkstücke bearbeiten möchtest, dieses Gerät kann es bewältigen. Der großzügige Arbeitstisch bietet ausreichend Platz für verschiedene Arbeiten und ermöglicht es dir kreativ zu werden. Und nicht zu vergessen, die Schepach HBS30 Bandsäge wird mit drei Sägebändern geliefert, damit du direkt loslegen kannst, ohne zusätzliches Zubehör kaufen zu müssen. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du die Bandsäge auch direkt per Prime Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir die Schepach MBS1200. Er verfügt über einen kraftvollen 1100 Watt Motor mit gleichbleibender Leistung. Dieser Motor sorgt dafür, dass du immer die benötigte Kraft hast, um durch verschiedene Materialien zu schneiden. Kein Zögern, keine Unterbrechung, einfach kontinuierliche Leistung. Die Bandsäge ist überraschend leicht und handlich, was bedeutet, dass du sie überall hin mitnehmen kannst, wo du sie brauchst. Sie ist so konzipiert, dass du sie sowohl stationär als auch beidhändig verwenden kannst. Du kannst sie an deine speziellen Bedürfnisse anpassen. Sicherheit geht immer vor. Der schwere Arbeitstisch dieser Bandsäge bietet dir einen stabilen Stand und der Fixiermechanismus stellt sicher, dass dein Material sicher gehalten wird, egal welches Material du bearbeiten möchtest. Diese Bandsäge schafft es. Vom PVC bis Edelstahl, von dünn bis dick. Sie bewältigt alles. Die ergonomischen Handgriffe ermöglichen es dir, die Säge stets fest im Griff zu haben, ohne dass es zu Ermüdungserscheinungen kommt. Der verstellbare Griff ist ein nettes Feature, das dir zusätzliche Kontrolle gibt. Unterschiedliche Materialien erfordern unterschiedliche Schnittgeschwindigkeiten. Und diese Bandsäge bietet dir die Möglichkeit, die Geschwindigkeit anzupassen. So erhältst du immer perfekte Ergebnisse. Alle weiteren Infos zu dieser Bandsäge kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, die Güde Metallbandsäge MBS 1100 vorstellen. Diese Bandsäge ist ein echtes Kraftpaket mit einem leistungsstarken 1100 Watt Motor. Das bedeutet, dass sie problemlos durch Materialstärken von bis zu 127 x 127 mm schneiden kann. Kein Zittern, kein Zögern, nur reine Leistung. Die Anpassbarkeit ist hier der Schlüssel. Du kannst die Arbeitsgeschwindigkeit an verschiedenen Materialien anpassen, um immer die besten Ergebnisse zu erzielen. Keine Sorge, es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung. Aber die MBS 1100 ermöglicht es dir, die Kontrolle zu behalten. Und dann gibt es noch den stabilen Arbeitstisch, der für einen festen Stand sorgt. Keine wackeligen Schnitte mehr. Und als Bonus leuchtet eine eingebaute LED-Lampe den Arbeitsbereich perfekt aus, sodass du immer den vollen Überblick hast. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up-to-date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deiner neuen Bandsäge.